hallo guten morgen heute mal aus der sattelkammer mit einem sagen wir mal etwas ambivalenten thema thema stierkampf ich habe einen ganz guten einblick in dieses thema von wegen beritterner stierkampf also rachoneo aber auch den stierkampf zu fuß es gibt da sicherlich einige facetten zu beleuchten die eine facette ist zum beispiel dass es einen naturschutzpark kotodoniana ohne die stierzucht nicht gebe ok ist sicher keine rechtfertigung aber zumindest ein positiver effekt es hängt wirtschaftlich sehr 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 viel dran am stierkampf also es ist ein geldfaktor ich bin sicher kein aficionado also kein stierkampfen wenngleich ich sagen muss es hat eine gewisse faszination ein pferd freie mitarbeiten zu sehen im kampf hat eine eigene faszination und lässt rückschlüsse zu wie es früher war als pferde in krieg und kampf eingesetzt wurden nun ist es natürlich heute nicht mehr notwendig abgesehen davon was mich bekümmert eigentlich am stierkampf ist weniger jetzt der kampf an sich weil schlussendlich wir wir züchten tiere wie essen sie sprich wir müssen sie auch töten solange man fleisch ist solange man tiere so hält wie wir es teilweise tun ist die stierzucht wo die pferde wo die stiere wenigstens ein sehr schönes leben haben für mich persönlich das geringere übel das was mich eigentlich mehr bekümmert ist dass der mensch immer noch bereit ist unglaublich viel viel geld dafür auszugeben für eine jahreskarte sich so ein spektakel anzusehen diese spektakel gibt es ja seit jahrtausenden und das ist wie im alten rom brot und spiele und das ist das was mich bekümmert dass ich dass sich der mensch irgendwie dann nicht weiterentwickelt also das ist ja nicht nur auf spanien begrenzt das ist ja harnen kämpfe hengst kämpfe in afghanistan und so weiter und so fort das ist ja nicht nur in spanien der stierkampf ist hat ja wenigstens gewisse regeln die einzuhalten sind also wie gesagt natürlich hat sich der stierkampf überlebt und natürlich sollte er bei uns in unserer modernen gesellschaft keinen platz mehr haben mit sicherheit aber es gibt sicher auch verschiedene facetten von allen möglichen richtungen zu beleuchten und ein ganzes volk zu verteufeln weil es dort den stierkampf gibt halte ich für überzogen ich kenne menge sehr sehr gute reiter sehr tierliebe menschen unter den spanien und ich kenne ebenso weniger tierliebe die naja ich will mich nicht auslassen darüber aber das kenne ich bei allen völkern das gibt es überall das gibt es in indien in nepal in österreich in deutschland überall gibt es tierquäler und liebevolle menschen ich glaube da kann sich kein volk und niemand wirklich ausnehmen und von daher ist es natürlich ein bisschen ein ambivalentes thema es hat keinen platz mehr in unserer gesellschaft oder sollte keinen platz mehr haben und man sollte den stierkampf in seiner in dieser form nicht mehr fortführen es gibt sicher andere möglichkeiten eine form von stierkampf fortzuführen ohne dass ein tier dabei verletzt wird man muss das nicht mehr machen das ist meine persönliche meinung dazu um dieses thema auch einmal aufzugreifen und wie gesagt es gibt viele facetten informiert euch was da tatsächlich dahinter steht es gibt propaganda und es gibt die wahrheit und das das differiert oft sehr stark ich wünsche euch noch ein schönes wochenende und bis zum nächsten mal tschüss m w u Untertitelung. BR 2018